Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. So, wir sind mit Tirsk noch nicht fertig. Seid vorsichtig auf dem Berg. In diesen harten Zeiten sieht für manche Kreatur alles nach Beute aus. Ich habe eine Frage. Du wirst den Rat des Alters einholen, nehme ich an. Was kann ich für dich tun? Du hast bestimmt einige interessante Jagdgeschichten zu erzählen. Ich liebe es, Geschichten auszutauschen. Hat jemand eine Pfeil? Lange Stunden, in denen man Fallen überprüft und auf Elche wartet. Früher habe ich auch die großen Biester gejagt. Bären, Stelgier. Aber hier oben nimmt man was man kriegen kann. Und das bedeutet, Stalwart zu ernähren oder es zu beschützen. Tirsk grunzt. Nun ja, die letzte Jagd war kein Erfolg, wie du siehst. Mehr Fragen habe ich nicht. Tirsk neigt als einfach nur den Kopf. Er klopft seine Pfeife aus. Nehmt wohl. Gut, dann geht es jetzt ab in die Taverne. Oder ins Gasthaus. Ins Wirtshaus. In das letzte Gebäude, die wir noch nicht waren. Wartet der hier eigentlich darauf, dass er rein kann? Zumindest bist du heil angekommen. Fera hat ihren Wagen und ihre Männer verloren. Ja, mit denen hier haben wir alle schon geredet. Haben wir doch, oder? Bitte, sag mir, dass du es gefunden hast. Ich habe ein Wagen, wie du es nicht glauben würdest. Bitte sag mir, dass du ihn gefunden hast. Mein Verlangen danach ist so groß, dass es nicht zu beschreiben ist. Und ich glaube, wir haben ja noch eine neue Nebenquest. Die Gunst des Jägers, genau. Einer von Stalwarts besten Jägern, Tirsk, hat in einem gerissenen Wolf einen ebenbürtigen Gegner gefunden. Der Wolf ist ihm schon mehrfach entwischt. Tirsk ist verletzt und kann den Wolf da ja nicht selbst jagen. Er hofft aber, dass jemand die Bestie erlegt, bevor sie noch mehr Dorfbewohner tötet. Tirsk hat mir berichtet, dass er einen gefährlichen und sehr großen Wolf jagt, der im Rotwald Dorfbewohner anfällt. Da Tirsk muss der Wolf seinen Bau irgendwo in der Gegend haben. Wo genau das konnte er aber nicht herausfinden. Okay, jetzt aber erstmal ab in die Schenke. So, da sind wir wieder. Pillars of Eternity hatte gerade mal wieder den Drang abzustürzen. Wenn sie wüssten, was gut für sie ist, würden sie diesen feurigen Farb bestreiten, anstatt ihre Hände daran zu wärmen. Also Dorons würde einfach mal so über die Glut laufen. Die See sieht ihren Kavalier wie droben, der strahlt und brennt. Und Fehl kommt hinab zu mir aus dem Palast am Firmament. Doch teilt er nicht ihre Lust, drum nimmt sie ein Stück in ihr Herz. Und alle, die sahen ihren Schmerz. Alle, die sahen ihren Schmerz. Ruhen ewig in ihrer Brust. Oh, ich kann noch nicht meinen Fingern fühlen. Ja? Ich dachte, ich hätte einen Schutz gefunden, als ich über diese kleine Stadt entstanden habe. Ich dachte, ich hätte einen Unterstupf gefunden, als ich über dieses kleine Dorf gestolpert bin. Du wohl auch, was? Fera hebt ihren bereiften Kuch und prostet dir zu. Auch wenn die Werbe des Herdes euch hier erreicht, sind ihre Hände in Wolle gewickelt und ihre Ohren mit einem Hut bedeckt. Ihr Gesicht wirkt straff und vom Wind gepeitscht. Als wäre sie gerade erst von einer langen Wanderung zurückgekehrt. Bei dem Film Blut auf den Straßen habe ich Glück, dass das Bier noch fließt. Sie nimmt einen Schluck. Als sie ihren Kopf nach hinten neigt, siehst du einen Bluterguss an ihrem Kinn und bemerkst, dass ihre Knöchel rot und rau sind. Was ist mit dir geschehen? Ich dachte, die Gerüchte über Durgans Batterie wären nur Aberglaube und vielleicht sind sie das auch. Aber hätte ich sie ernst genommen, wäre ich vielleicht wachsamer gewesen. Ich war Teil einer Expedition. Sie trinkt langsam einen Schluck Bier. Sie trinkt langsam einen Schluck Bier. Natürlich wird ausgerechnet jetzt der Windstärke und der Himmel wirft Schnee herab. Wir sehen die Straße nicht mehr. All etwas anderes hat uns gefunden. Wir haben ihn ausgeschaltet, bevor wir überhaupt gemerkt hatten, dass wir umzingelt waren. Und dann sehen wir sie aus dem Schnee kommen. Diese kleinen vierarmigen Wilden. Lagufer nennt man sie. Sie schüttelt den Kopf und starrt in die Glutin in der Feuerstelle. Flinke kleine Mistkerle, Francesca und ich haben sie so lange wie möglich aufgehalten, aber nachdem sie sie mit Bolzen durchlöchert hatten, bin ich geflohen. Ich gelangte hierher und dankte dem Schicksal, dass ich den Laguferen gekommen bin. Und dann finde ich heraus, dass diese Stadt von Ungarn geplagt wird. Sie lacht verbittert. Und das mit deinen Freunden tut mir leid. Das ist ein kindes Sentiment. Ich werde sie beurteilen, wenn ich nach Hause komme. Aber ich muss unsere Halle retrieren, wenn ich keine Hoffnung habe. Sie nicht, das ist sehr freundlich. Ich trauere um sie, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber ich muss unsere Ladung zurückholen, wenn ich je wieder nach Hause will. Ich muss diese Artifakte bekommen. Nicht, dass ich in irgendeiner Form, um sie zu gehen. Aber ich kann nicht, dass ich nach Defiance Bay zurückkehren, ohne etwas aus meiner Expedition zu zeigen. Ich muss die Artifakte beschaffen. Nicht, dass ich in der Lage wäre, das selbst zu tun. Aber ich kann nicht mit leeren Händen nach Todsburg zurückkehren. Ein Ausdruck der Sorge schleicht sich in ihr Gesicht. Sie startet in ihren Krug und schwenkt ihn langsam. Also, du hast deine eigene Expedition zur Batterie, nicht wahr? Während du da bist, vielleicht kannst du meine Gäste suchen. Was, was noch von ihnen ist. Aber du hast deine eigene Expedition zur Batterie oder nicht? Vielleicht kannst du nach meinen Waren Ausschau halten oder was davon noch übrig ist. Sie blickt hoffnungsvoll vor ihrem Krug auf. Ich gebe dir natürlich nicht einen Anteil, wenn du etwas findest. Ich will keine Geschenke, aber ich darf nicht mit leeren Händen zurückkehren. Sie fährt mit ihren Fingernägeln über die Seite ihres Krugs und ihre Miene wird wieder nervös. Sag mir, wonach du suchst. Wie schon gesagt, wir waren auf Schatzsuche bei Durgans Batterie, als wir überfallen wurden. Was willst du sonst noch wissen? Renengild hat mir gesagt, dass kurz vor meiner Ankunft schon deine Expedition angekommen wäre. War halt hier das? Sie sieht einen Augenblick lang verwirrt aus. Wer? Nein, das wäre jemand anderes gewesen. Wir haben nicht mit Renengild oder jemand anderes in der Stadt. Wir waren auf unserer eigenen Arbeit. Nein, das war wohl jemand anderes. Wir haben nicht mit Renengild gesprochen oder irgendjemandem anderen in der Stadt. Wir haben allein gearbeitet. Sie blickt ins Feuer und trinkt noch einen Schluck. Ja, wir hätten sagen sollen, die Bürgermeisterin des Dorfes statt Renengild. Okay, warum sind diese Artifaktes so wichtig für dich? Wir haben mehrere Darlehen aufgenommen, um die Reise hier zu bezahlen. Ich komme in Schwierigkeiten, wenn ich sie nicht zurückzahle. Sie kratzt sich am Hals. Wo finde ich doch gleich deine Karawane? Wenn noch etwas übrig ist, dann irgendwo bei Dürgans Batterie. Wenn du über die Lagofarf, also Lagofarf, spricht man das richtig aus, stolperst, weißt du, dass du richtig bist. Ihre Zähne ansehen. Als Fähre redet, bemerkst du, bemerkst du, dass ihre Zähne und ihr Zahnfleisch schwarze Flecken haben. Was weißt du über Dürgans Batterie? Nur, dass sie seit über 200 Jahren lang verbarrikadiert war, weil die Zwerge sich gestritten haben. Sie zuckt mich die Schuld hat. Weshalb redet, dass der Batterie einen guten Preis bringt. Tut mir leid, ich bin eher Geschäftsfrau als Historikerin. Dann auf Wiedersehen. Eine große Ladung. Ist eine Quest. Fähre, eine reisende Skalding- und Expeditionsteilnehmerin, wurde in der Nähe von Dürgans Batterie von Lagofarf angegriffen. Sie hat ihre Gefährten und ihre Ladung von Artefakten verloren. Sie möchte erstere rechnen und letztere zurückhaben. Fähre hat mir berichtet, dass ihre Gruppe in der Nähe von Dürgans Batterie überfallen wurde, wo sie Artefakte gesammelt haben. Ich muss mich dort unter den Überresten ihrer Expedition umsehen. Hier sind noch mehr Leute. Hallo, gerade zur rechten Zeit. Du kannst zusehen, wie ich Britwin vernichten schlage. In Masuk haben wir früher ein ähnliches Spiel gespielt. Ein großes Vergnügen. Anna Frunz ist die Stirn. Schreibt mir ein guter Weg zu sein, einen Finger zu verlieren. Einmal, Andret. Du hast einmal gewonnen. Was spielt ihr da? Orlanakoff. Andret Grins verlegen. Naja, so nimmt man es eben. Hübsch. Man sucht sich ein Ziel aus, Nase oder Ohren. Die Nase gibt mehr Punkte, aber bei den Ohren kann man eines aussuchen. Je weiter weg von ziehen man trifft, desto weniger Punkte. Also für Mund und Augen und überhaupt keine Punkte, wenn man gar nicht trifft. Lust auf ein Spiel. Jeder drei Würfe und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Ich setze 50 Punt, wenn du mitmachst. Erklärst du mir nochmal die Ziele? Klar, klar. Ich habe das auswendig gelernt. Die Nase gibt zehn Punkte, Mund und Augen fünf. Die Ohren sieben. Das Felge gibt zwei. Die nackte Haut einen Punkt. Gut, dann spielen wir doch mal. Andret zieht ein Wurfmesser aus seinem Gürtel und dreht es in seinen Händen. Ja, das kann man, glaube ich, sogar auch in Deadfire, also im zweiten Teil spielen. Der Einsatz ist 50 Punt. Bist du dabei? Ja, 50 Punt. Sehr gut, ich fange an, um dir zu zeigen, wie es geht. Andret zieht zurück fertig und wirft seine Klinge. Das Messer trifft die Nase. Der Wurf gibt zehn Punkte. Andret geht nach vorne, um das Messer zu holen. Du bist dran. Auf die Nase zielen. Okay, das Messer trifft die Haut. Der Wurf gibt einen Punkt. Andret zieht zurück fertig und wirft seine Klinge. Das Messer trifft das Ohr. Gibt sieben Punkte. Dann auf die Ohren zielen. Das Messer trifft das Fels. Gibt zwei Punkte. Andret zieht zurück fertig und wirft seine Klinge. Das Messer trifft die Nase. Der Wurf gibt zehn Punkte. Du bist dran. Auf die Nase zielen. Das Messer trifft die Nase. Der Wurf gibt zehn Punkte. Drei für dich und 27 für mich. Ich habe gewonnen. Hä? Was? Wieso drei für mich? Hm. Da fehlt wohl vorne eine Eins. Das geht auch. Andret Kicher. Komm wieder, wenn du es noch einmal versuchen willst. Nee, danke. Oh, du bist du. Schön, dass du hier bist. Ich hatte gehofft, dir noch ordentlich danken zu können. Sie haben mir erzählt, was geschehen ist. Mögen die Götter dich segnen. Ich verdanke dir mein Leben. Ich weiß, es war törich hineinzurennen, aber dieser Ring ist alles, was ich von meiner Familie habe. Ich habe einfach nicht nachgedacht. Wie geht es dir? Ach, gar nicht übel. Fenway lässt mich bei ihr wohnen, bis ich wieder auf den Beinen bin. Alle sind sehr nett zu mir. Es war schwer, die Überreste des Hauses zu sehen, aber Revald sagt, er lässt für mich eine Hütte bauen, sobald sie das Holz dafür haben. Was ist denn so besonders an diesem Ring? Er hat nostalgischen Wert, dass mein Großvater sich hier niederließ, die seinen Ring fertigen, aus dem ersten Erster, das er abgebaut hatte. Er stand für seinen Neuanfang. Er hat ihn seiner Tochter vererbt und meine Mutter wiederum mir. Vielleicht kannst du mir helfen, ich bin auf der Suche nach Fennland-Schnaps. Lustig, Revald hat sich kürzlich nach dem Gleichen gefragt. Das Zeug scheint wirklich beliebt zu sein. Averick hat welche, aber er sagt, das Fennland-Schnaps ist nicht für Verkauf. Und er hat den Zeller wie ein Battelfeld, versucht, die Leute rauszuhalten. Averick hat welche, aber er sagt, das Fennland-Zeug ist eigentlich zu verkaufen. Und er hat den Keller mit tausend Fallen versehen, damit sich keiner hineinschleicht. Sorry, wenn jemand einen Trink verdient, dann ist es du, Sir. Aber ich glaube, ich kann ihn nicht überzeugen. Tut mir leid, wenn jemand einen guten Tropfen verdient, dann du. Aber ich würde ihn nicht überzeugen können. Ach, sei nicht, so eine Flasche vermisst er doch sicher nicht. Ich habe dir das Leben gerettet, so schuld ist mir ein Gefallen. Dann sag es ihm nicht. Hilf mir, eine Flasche aus dem Keller zu beschaffen.